Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Verkaufspersonal. Mein Name ist Knork und ich freue mich, dass du dabei bist. So, ich hatte die ganze Zeit überlegt, soll ich jetzt einen Timelapse machen oder nicht, wo ich dann die ganzen Mitarbeiter austausche und kam zu dem Entschluss, ne. Und zwar aus dem Anfang Grunde, weil wir beide müssen nämlich auf Fehlersuche gehen. Weil ich habe nämlich das Gefühl, dass wir irgendwo Mitarbeiter noch nicht eingesetzt haben, beziehungsweise Verkaufspersonal noch nicht eingesetzt habe. Und dass ich die in der letzten Folge irgendwie übersehen habe. Ich bin mir aber da nicht 100% sicher. Das heißt, wir beide gehen jetzt mal auf Fehlersuche. Und wir werden natürlich ein paar Kehrmeister auswechseln und Gehälter hochstufen und, und, und. Also alles, was mit Personalplanung zu tun hat, werden wir heute machen und auch abschließen. Ja, also das werden wir beide heute gemeinsam machen. So, aber bevor wir das machen, muss ich einmal kurz mich entschuldigen. Und zwar wollte ich in der letzten Folge meine Abozahl erhöhen. Und das habe ich komplett vergessen. Das habe ich wirklich in der letzten Folge wirklich komplett vergessen. Denn ich darf nämlich frohen Mutes verkünden, wir sind mittlerweile auf 2.110 Abonnenten. Vielen, vielen Dank dafür. Wirklich vielen, vielen Dank. Und es ist einfach wirklich sensationell, was gerade zurzeit abgeht. Also wirklich vielen, vielen Dank dafür. Und natürlich, was in der Vergangenheit abging. Also wirklich vielen, vielen Dank dafür. So, und wir gucken jetzt mal, was wir so mit den Verkäufern angestellt haben, beziehungsweise ob wir mal irgendwo welche neu einstellen müssen. Und ich sehe gerade, wir haben drei technische Probleme, aber das müssten meine Mitarbeiter in der Reparaturwerkstatt, beziehungsweise im Technikerbereich, müssten das eigentlich hinbekommen, wenn die sich jetzt nicht alle ausruhen werden. Äh, inspiziert Märchenwald, na, 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 na. Ich habe fünf Mechaniker. Wow. Okay, damit habe ich nicht gerechnet. So, Verkäufer, was ist denn hier los? Hier haben wir ein paar gekündigt. Warte auf Kunden zum Bedienen. So, Blair Newell ist zurückgekehrt. Und jetzt können wir nämlich mal feststellen, wo der gearbeitet hat. Und das ist im Märchenthemenbereich. Alles klar. Ja, das heißt, hier müssen wir einen neuen Mitarbeiter hinsetzen. Warte mal, der ist jetzt gerade gekündigt worden. Tut mir leid. Kannst dich aber gerne nochmal bewerben, weil ich habe gesehen, dass du sehr gut gearbeitet hast und selten krank warst, ja. Deswegen darfst du dich auch gerne neu bewerben. So, sie stellen wir jetzt ein und bekommt den Arbeitsplan Märchen. So, jetzt haben wir im Märchenthemenbereich, haben wir jetzt alles erstmal abgedeckt. So, jetzt gucken wir uns mal die Läden an. So, was haben wir denn da? Läden. Da haben wir nicht besetzt. Ah, sieh mal einer an. Okay, Cosmic Cow. Warum haben wir hier keinen besetzt? Verkäufer ist unterwegs. Alles klar. Okay, das ist schon mal geregelt. Dann haben wir hier nicht besetzt. Just the momento. Kein Verkäufer verfügbar. Okay. Da müssen wir mal nachforschen. aus dem einfachen Grunde, weil, warte mal, hier waren, hier nicht besetzt, nicht besetzt. Die waren alle geschlossen. Warum waren die denn geschlossen? Hatten wir die geschlossen aus finanziellen Gründen? Ich weiß es nicht genau. Es ist aber Fakt, dass hier keine Verkäufer verfügbar sind. Warum? Im Märchenthemenbereich sind keine Verkäufer verfügbar. Wie viele haben wir denn hier? Hier, warte mal, wir haben hier eins, zwei, drei Läden. Drei? 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 Ich glaube, drei, ne? Warte, das hatten wir letztes Mal schon gezählt. Ich meine, das waren... Nein, das war eine Toilette. Also, wir hatten hier drei Läden. Das heißt, wir bräuchten hier vier Verkäufer. Baut mein Auge juckt. Oh. So. Wir bräuchten hier vier Verkäufer. Wie viele Verkäufer... Okay, warte mal. Wie viele Verkäufer haben wir denn hier? Das ist so ein undurchsichtiges Netz von Verkäufern. Das ist irgendwie bestimmt so eine Mafia oder so. Weil du weißt gar nicht, wen du alles eingestellt hast. Da stellen teilweise Onkel ihre Neffen ein, wovon ich gar nichts weiß. Die stellen die einfach ein, ohne dass ich das weiß. Und deswegen habe ich auf einmal überall Verkäuferüberschuss. Dann werden die einfach gekündigt. Dann haben wir Verkäuferunterschuss und, und, und. So. Märchen. Wir sind... Ne, Winter ist oben, ne? Winter ist oben. So. Wir haben hier... Jetzt guck mal. Eins, zwei, drei Verkäufer. Warum habe ich hier nur drei Verkäufer? Das ist jetzt gerade echt eine Frage. Planzuweisung. Was haben wir denn hier noch? Westernstadt. La, 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 la. Okay. Grusel. Freiland. Freiland. Frei beweglich. Äh? Frei beweglich? Okay. Du gehst natürlich dann in den Winterthemenbereich. Okay. Das haben wir schon mal geregelt. Das heißt, das hier ist jetzt aktualisiert worden. Dann gucken wir mal kurz die Verkäufer hier im Gruselthemenbereich nach. Äh, wir haben hier zwei Läden. Moment. Zwei Läden. Äh, dann haben wir hier... Äh, warte mal. Zwei Läden. Da ist der dritte. Vier, fünf, sechs, sieben, acht. Acht. Neun. Boah, ich habe neun Läden hier. Ich glaube, ich habe gar nicht so viele Verkäufer. Äh, warte mal. Neun. Gruselthemenbereich. Gruselthemen. So. Neun. Das heißt, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Ja, doch. Ich habe hier so viele Mitarbeiter. Alles klar. Äh, Freiland habe ich drei. Das ist okay. Die sind alle entlassen. Die gehen jetzt langsam nach Hause. Okay. Dann schauen wir nochmal ganz kurz... Warte mal, ich muss mal wieder auf Play drücken. So. Dann schauen wir nochmal ganz kurz nach den Läden. Ähm, nicht besetzt. Warum nicht besetzt? Verkäufer ist unterwegs. Okay. Das ist in Ordnung. Dann haben wir hier... Kein Verkäufer verfügbar. Im Märchenthemenbereich. Okay. Wie viele Läden haben wir denn hier? Drei. Äh, drei. Vier, ne? Vier Läden haben wir hier. Vier. Ähm, wie viele Verkäufer haben wir denn hier? Wie viele Verkäufer haben wir denn hier? Äh, Märchenthemenbereich. Warte mal. Äh, na, 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 na. Vier. So, wir haben hier eins, zwei, drei Verkäufer. Ach, sieh mal in der Hand. Okay, wir brauchen noch zwei Mitarbeiter im Märchenthemenbereich. Moment. Die setzen wir da mal kurz hin. Eins, zwei. Sehen die gleich aus? Nee, hatte ich jetzt gedacht. Okay. Ähm, warte. So, dann kommst du hier in den Märchenthemenbereich. Ne? Und du kommst auch in den Märchenthemenbereich. Äh. So, die haben wir jetzt schon mal aktualisiert. Okay. Haben wir noch irgendwo unbesetzte Läden? Nicht besetzt, weil ist Verkäufer unterwegs. Alles klar? Nicht besetzt, weil Verkäufer ist unterwegs. Das ist in Ordnung. Verkäufer ist unterwegs. Kein Verkäufer verfügbar. Warum? Wir haben hier eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Neun? Neun Läden. Habe ich mich denn da verzählt? So, neun Läden. Warte mal. Neun Läden. Das ist echt, das ist ein Wirrwarr hier. Äh. Neun Läden. Warte mal. Äh. Grusel. Neun. Also eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Wir haben elf Mitarbeiter hier. Ruht sich ein Personalgebäude aus. Okay. Achso, da läuft gerade einer hin. Alles klar. Ähm. Attraktionenläden. Dann gucken wir mal weiter. Dann haben wir hier. Oh, wir haben hier zwei geschlossene. Ach was. So, was haben wir hier? Kein Verkäufer verfügbar. Piratenthemenbereich. Müssen wir uns mal merken. Hier ist wieder Gruselthemenbereich. Warte mal. Ich setze mal hier noch einen Verkäufer hin. Weil wir haben da schon relativ viele Läden. Das heißt, da setzen wir mal noch einen auf jeden Fall hin. Ähm. Okay, warte. Müssen wir jetzt hier. So. Und dann können wir das hier ganz schnell machen. Und zwar Grusel. So. Dann haben wir das jetzt auch mal gemacht. Und dann müssen wir mal gucken. Äh. Lä, 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 lä. Läden. Die sind, die sind da. Nicht besetzt, weil... Verkäufer ist unterwegs. Kein Verkäufer verfügbar. Wir haben jetzt hier zwölf Verkäufer. Zwölf Verkäufer auf neun Läden. Dann müsste eigentlich reichen. Ich glaube, die sind sich einfach nur alle am Ausruhen. So. Verkäufer ist unterwegs. Aber ich meine, ich hatte hier mal mit weniger geplant. Also mit weniger Läden. Das heißt, wir müssen hier einfach... Was heißt einfach? Aber wir müssen hier einfach die Personalkapazität ein bisschen erhöhen. Na, dann gehen wir hier auf fünf. Bestätigen. So. Weil dann haben wir nämlich hier diese beiden Läden. Ich glaube, die habe ich nie mitgezählt. Ich habe nämlich nur die da oben beiden mitgezählt. Ähä, ähä, ähä. Ja, ich glaube, das ist besser so. Warte mal. Zwei. Dann haben wir hier drei, drei. Äh, okay. So müsste das jetzt passen. Okay. So, Piratenthemenbereich. Da hatte ich ja auch noch ein Problem. Da schauen wir auch noch mal ganz kurz nach. Äh, Piratenthemenbereich. So, das haben wir jetzt schon mal gemacht. Sehr gut. Jetzt gucken wir uns mal kurz unsere Verkäufer noch an. Ich glaube, dann haben wir auch unsere Verkäufer-Sektion erstmal abgeschlossen. Minus 10.000. Ja, damit habe ich aber gerechnet. Mein Pust ist gerade eingeschlafen. Deswegen muss ich mich mal ganz kurz hinsetzen. So, was haben wir denn hier? Ist, äh, ist sie zufrieden? Warte mal. Bedient Kunden. Mein Gehalt ist fair. Mein Gehalt ist gar nicht so übel. Warum ist sie nicht zufrieden? Äh, hat sich auswohlen regeneriert. Ihre Energie ein wenig schneller. Okay. Bedient Kunden. Arbeitslast normal. Haben wir hier irgendwo hoch? Ja. Hier ist hoch. Es gibt viel zu tun. Genau. Du bekommst jetzt erstmal Personal vollbilden. Genau. Du bekommst erstmal von mir ein Level ab. Und dann bekommst du 90 Dollar. Geil, ne? Jetzt gucken wir mal. Es gibt viel zu tun. Mein Gehalt ist fair. Äh, wie lange braucht das denn diese Fortbildung? Oder wird das im Personalraum abgehalten, diese Fortbildung? Ich weiß es nicht. Normal war das doch immer instant, das hier. Äh. Verstehe ich jetzt nicht. Okay. Warum ist hier denn? Ich habe doch hier gerade drauf geklickt, oder? Für diesen Personalbereich der Fortbildung geplant. Sie findet statt, wenn er sich das nächste Mal in einem Personalgebäude ausruht. Ah, okay. Alles klar. Ähm. Ist das hier fair, das Gehalt? Mein Job ist toll. Training wird alles einfach. Okay. Ähm. Dann machen wir hier auch auf 90. Okay. Und dann gucken wir mal weiter. Arbeitslast ist normal. Na, 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 na. Mein Job ist ziemlich durchschnittlich. Hier ist alles in Ordnung. Okay. Aber dann musst du doch eigentlich happy sein. Ne? Eigentlich schon. Und warum bist du dann so demotiviert? So, du hast eine Arbeitslast hoch. Dann bekommst du hier auch mal ein bisschen mehr Geld. Zehn Dollar mehr. Genau. Ähm. Dann normal, normal, normal. So, dann machen wir hier auch hoch. Äh. Arbeitslast normal. Normal. Okay. Dann gehen wir mal ein bisschen weiter runter. Arbeitslast niedrig. Müssten wir eigentlich Gehalt abziehen, oder? Äh. Hier haben wir auch normal. Okay. Okay. Die bekommen alle direkt, instant, eine Gehaltserhöhung. So. 90. 90. 90. Traummasse einer Frau. So. Dann haben wir es, oder? Dann haben wir es, ne? Arbeitslast hoch. Oh. Da sieh mal eine an. Okay. Dann bekommt ihr beide natürlich auch noch eine Gehaltserhöhung. Ach ja. Ich glaube, mit dem Update. Oder war das vorher schon? Ich bin mir da nicht 100% sicher. Aber die Sortierfunktion ist saugeil geworden. Also ganz ehrlich, ich glaube, dass die Sortierfunktion jetzt mit dem Update kam. Aber ich bin mir da nicht 100% sicher. Ich habe da auch nicht mehr so oft reingeguckt in dieses Tool. Oder beziehungsweise in dieses Management-System. So. Ähm. Ich wollte. Ah. Ich wollte Mitarbeiter kündigen. Ich wollte. Ich muss. So. Was haben wir hier? Verkäufer. Arbeitslast. La la la. Animateure. So. Jetzt kommen wir zu einem Punkt, wo ich so ein paar Gewissensbisse habe. Ist einfach so. Ne? Der ist jetzt gerade im Grusel-Themenbereich. So. Die tragen ein sehr warmes Kostüm im Sommer. Ne? Es ist wirklich übelst warm da drin. Ich glaube, die dürfen auch maximal 45 Minuten in diesem Kostüm verbringen. Jetzt ist ja die Frage, ist dann ein bisschen mehr Lohn gerechtfertigt? Oder soll man dann wirklich sagen, wenn wir sparen, dann bei allen? Das ist jetzt gerade so meine Gewissensfrage. Aber wenn wir sagen, wir sparen, dann sparen wir auch bei allen, oder? So. Du kommst hier hin. Ähm. Bekommst erst mal frei beweglich. Ne. Du darfst nur im Grusel-Themenbereich dich bewegen. So. Dann haben wir hier Parkverwaltung. Animateure. Guck mal, der verdient 100 Dollar. 100 Dollar. Im Gegensatz zu dem. So. Ghost of King ist weg. Ne? So sparen wir halt. Wir müssen einfach sparen. Viele Gäste sitzen im Park fest. Hä? Wo denn? Wo sitzen denn? Ah. Dieses. Warum wird mir das nicht angezeigt? Wenn doch so viele Gäste im Park fest sitzen, warum wird mir da nicht angezeigt, wo? So. Hier bewegt sich eine Achterbahn. Hier bewegt sich eine Achterbahn. Es gab ja schon mal das Problem, dass dann so ein Bug war, dass sich eine Bahn nicht bewegt hat. Weißt du? Ähm. Ist bestimmt hier wieder mit der Warteschlange, ne? Warte mal. Bewegt sich denn hier alles? Okay. Wir warten mal kurz ab. Ja. Die fährt los. Alles klar. Ähm. Haben wir hier? Da bewegt sich auch alles. Alles gut. Keine Ahnung. Okay. Ähm. Ähm. Ach ja, genau. Ich wollte ja noch einen entlassen. Ich muss einen entlassen. Ich will nicht. Ich muss. Ja. Äh. Goster King. Den haben, äh. Den haben wir gerade. Und der ist im Themenbereich Stadt. So. Das muss mir jetzt mal einer hier kurz erklären. Äh. Goster King. So. Und zwar. Warte. Und zwar. Warum ist jetzt hier die Warteschlange instant randvoll? Das war die ganze Zeit nicht. Wieso ist jetzt hier die voll? Ne? Nach dem Update war da permanent leer. Ich verstehe das nicht so ganz. Ich blicke da noch nicht so ganz durch. So. Auf jeden Fall. Ähm. Warte mal. Warte mal. Warte mal. So. Hier haben wir la 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 la. Immer noch hoch. Aber ich kann keine Fortbildung machen. Hier kann ich auch nicht. Keine Fortbildung machen. Weil der gerade erst eine erhalten hat. Das heißt aber. Da würden wir zwischendurch immer wieder reingucken müssen. Und, ähm. Den eine Fortbildung spendieren. So. Die sind alle frei beweglich. Ja. Ähm. Was kostet denn? Oder beziehungsweise was verdient ein neuer Techniker? Neuer Techniker. Verdient. Nur gucken. Im Gegensatz zu den anderen. 145 im Monat. So. Dann gehen wir in Personal. 145 im Monat. Gegenüber 300. Jo. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Wir brauchen fünf Techniker. Okay. Entlassen. 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 So. Und dann müssen wir die Techniker. Lassen wir neue Techniker einstellen. Fünf Stück. Techniker. So. Warte. Dann setzen wir hier einen hin. Schön verteilt. Da setzen wir einen hin. Da setzen wir jetzt einen hin. Dann haben wir vier. Und dann setzen wir hier im Märchen-Themen-Bereich noch einen hin. Dann haben wir fünf. Ne? Wenn ich jetzt richtig mitgezählt habe. Äh. Techniker. Eins. Zwei. Drei. Vier. Vier. Fünf. Alles klar. Okay. Die haben wir schon mal ausgetauscht. Die Verkäufer haben wir alle ausgetauscht. Äh. Der hat eine hohe Arbeitsauslastung. Dann bekommt er natürlich auch mehr Geld. So. Warum bist du nicht zufrieden? Warum? Warum bist du nicht zufrieden? Ich bin ja so früh über meine Ausbildung. Ich bekomme so viel Geld. Zehn Dollar mehr. Ist total happy. Ähm. Ähm. Aber. Was hier? Ich kann gar nicht klagen. Es geht mir ziemlich gut. Aber ist nicht so happy, ne? Ist nicht so happy. Warum auch immer. Ähm. Was bringt eigentlich so eine Fortbildung? Eine Fortbildung? Erhöhte Produktivität. Erhöhte Zufriedenheit. Höhere Gehaltserwartung. Ja. Natürlich. Natürlich. Ähm. Ist ja auch gerechtfertigt. Aber. Was ist hier los? Warum bist du? Diese Personalgebäude ist so weit weg. Ich bin da ziemlich verkwut. Ich kann nicht fassen, dass sie immer noch arbeiten lassen. Ich bin doch viel zu müde. Okay. Pass auf. Du kriegst jetzt erstmal eine Gehaltserhöhung. Vielleicht kann ich dich noch retten. Vielleicht. Genau. Gleiche hier auch. So. Wir investieren für die Zukunft in unsere Mitarbeiter. Ist ja logisch. So. Zufriedenheit. Gucken wir mal. Was sortiert der denn? Nach dieser Zufriedenheit wahrscheinlich, ne? Okay. Pass auf. Dann gucken wir mal. Okay. Die beiden haben eine Fortbildung von mir kassiert. Ich schätze alles mehr oder weniger. Okay. Dann bekommst du von mir auch natürlich eine Fortbildung. Ist ja logisch. So. Du bekommst auch von mir eine Fortbildung. Ähm. Ja komm. Dann bekommst du von mir auch eine. So. Vielleicht kann ich euch ja noch alle retten. So. Das haben wir schon mal. Puh. Okay. Dann schauen wir mal kurz in die Animateure nach. Okay. Arbeitsauslastung niedrig. Und Arbeitsnormal. Okay. Hausmeister. Das wird nicht so das Problem sein mit dem Austauschen. Weil wir einfach ja die Kennung davor haben, ne? Wir haben ja hier WI und bla bla bla. Da können wir sehen, welcher Mitarbeiter wo arbeitet. Da braucht man nicht halt so ein Taran machen wie bei den Verkäufern. Ne? Wo wir gucken müssen, wo arbeitet der jetzt und 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 so. Und zwar können wir jetzt Hausmeister. Ja. Dann gehen wir hier hin und sagen Winterthemenbereich 2. Was verdient denn ein Mitarbeiter? Obwohl wir brauchen ja gar nicht mehr WI da vorschreiben. Wir können ja hier nach sortieren. Das war ja oldschool, ne? Also brauchen wir das ja gar nicht mehr. Pass auf. Dann machen wir jetzt. Ist das Western oder Winter? Winter. Warum ist der? Warum ist der hier? Kollege, du sollst da hin. So. Du verdienst auf jeden Fall. 150 Dollar. Stufe 2. Wenn ich jetzt einen neuen Hausmeister einsetze. Okay. Neun Hausmeister einsetze. Der verdient. Verdient er denn? Gar nichts. Der ist umsonst. Kostenlos. Warte, warte, warte. Wo ist er denn jetzt? Ah, 60. 60 gegenüber 150? Ja, ist ja ordentlich. So, pass auf. Folgendes. Das heißt, wir haben jetzt zwei im Winterthemenbereich. Die war jetzt entlassen. Dafür stellen wir jetzt noch einen ein. Setzen wir hier hin. So. Okay. Winterthemenbereit. Äh, 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 da. Ähm, Winter. Wir brauchen ja die Kürzung nicht mehr davor schreiben. Das war ja total oldschool. Das ist so geil. So. Dann können wir nachgucken. Äh, finden mehrere Fahrgeschäfte, lange Wartezeitnahmen. Ja. Okay, das ändert sich bald. Ich bin jetzt gerade mit der Mitarbeiterschulung. Ich bin jetzt gerade hier mit Personalmanagement dran. Ich regele das. Ich kümmere mich drum. So. Was haben wir denn jetzt hier? Äh, Animateure. Die hatten wir schon. Ähm, Kehrmeister. Äh, Hausmeister. Entschuldigung. So. Winter. Okay. Western 3. Ja. Western 3 ist ja klar. Ist ein relativ großer Themenbereich. Äh, eins. Zwei. Drei. So. Dann gehen wir hier hin. Eins. Zwei. Obwohl, könnte man eigentlich ja verteilen, ne? Drei. Okay. Hoppala. So. Jetzt gehen wir hier hin und sagen dann Personal. Ähm. Da, Hausmeister. Ich. So. Und dann können wir nämlich hier sagen Western. Western. Western und natürlich, halte ich fest, Western. Wie überraschend. So. Das haben wir jetzt gemacht. Äh, Western ist aus und dann Stadt. Stadt hat vier. Okay. Eins. Zwei. Drei. Vier. So. Vier. Das ist echt wichtig, dass du die leider Gottes kündigst. Ähm. Weil sonst nackst du bald am Hungertod. Ist einfach so. Ne? Weil du dann wirklich irgendwann mal, äh, kein Geld mehr hast. So. Vier. Eins. Jetzt verteilen wir wieder ein bisschen. Zwei. Drei. Vier. Okay. So. Dann gehen wir in die Parkverwaltung. Und sagen dann Hausmeister. Und sagen dann. Hoppala. Wir haben schon ein paar entlassen. Ähm. Stadt. Land. Plus. Ähm. Ich bin echt froh, dass sie das hier eingebaut haben in dieses Menü. Das war ja früher nicht. Da musstest du jeden einzelnen anklicken und zuweisen alles. Das war so umständlich. Und jetzt stellen wir vor, wir müssten das hier alles machen, ey. Da säßen wir stundenlang dran. So. Piraten-Themenbereich. Da brauchen wir zwei. Eins. Zwei. Okay. Dann tauschen wir die mal kurz aus. Ähm. Piraten-Themenbereich. Einen dahin und einen hier ins Hotel. So. Dann gehen wir in die Parkverwaltung. Sagen wieder Hausmeister. Ist ja logisch. So. Und dann können wir sagen hier. Piraten. Piraten wie wir. Ähm. Warte, warte, warte. Jetzt haben wir da, 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 da. Märchen. Märchen-Themenbereich hat zwei. Also im Prinzip könnte man im Märchen-Themenbereich auch drei hinsetzen. Oh. Äh. Im Märchen-Themenbereich können wir auch drei hinsetzen. So. Eins. Weil der ist schon, obwohl, ne, so groß ist der gar nicht. So groß ist der noch gar nicht. Ähm. Pass auf. Dann klicke ich die jetzt auch einzeln an. Dann mache ich das hier so. Märchen. Und. Also. Märchen. Okay. Ähm. Dann gucken wir mal ganz kurz nochmal nach. Äh. Hausmeister. So. Da haben wir alles geändert. Märchen. Lalalalalala. Grusel. Grusel hat vier. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Wir haben fünf im Grusel-Themenbereich. Krass. Okay. Wir haben fünf im Grusel-Themenbereich. Ja genau. Wegen der Menschenmenge hier. Stimmt. So. Pass auf. Dann machen wir hier. Eins. Zwei. So. Dann setzen wir hier noch einen hin. Drei. Ey. Hier oben sind Gäste. Wie geil ist das denn? Hier oben sind Gäste. Das war ja eine Zeit lang gar nicht, ne? Krass. Geil. Vier. Boah, das freut mich gerade. Richtig. So. Fünf. Parkverwaltung. Äh. Haus. Ähm. Hausmeister. So. Und dann werden die natürlich hier alle dem Grusel-Themenbereich zugeordnet. Äh. Grusel. 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 So. Viele Gäste sitzen im Park. Aber wo? Wo? In den Warteschlangen wahrscheinlich, ne? Gehe ich mal ganz schwer von aus. So. Das haben wir jetzt. Das haben wir jetzt. Das haben wir jetzt. Das haben wir jetzt. Ähm. Jetzt haben wir nur noch Freiland und Freiland Zwei. Alles klar. Freiland Zwei. Ist hier. Okay. Äh. Freiland Zwei und Freiland. Okay, warte mal. Freiland Zwei hat Zwei und Freiland Eins hat Drei. Okay. Merken. Ähm. Dann setzen wir hier einen hin und. Da war Müll. So. Dann kannst du direkt hier kehren. Ähm. Freiland Zwei. Und. Uppala. Da ist der eine gegründigt. Uppala. Ähm. Freiland Zwei. So. Und jetzt brauchen wir noch Drei für den. Für das Freiland Eins. Ne? Ähm. Haben wir hier Müll? Hier haben wir gar keinen Müll, ne? Das ist ja nur so eine Übergangsstraße. Ist ja irgendwie alles hier übergangsmäßig. Pass auf. Dann setzen wir hier drei Leute ein. Eins. Zwei. Drei. Von hier bis da. Oder? Ich sehe das jetzt gerade falsch. Okay. Warte. Ich habe missgebaut. Äh. Freiland Eins. Okay. Auf jeden Fall. Das nehmen wir noch mit. Und. Dann sollst du bis hier kehren. So. Arbeitsplan speichern. So. Das ist Freiland Eins. Okay. Das haben wir jetzt schon mal. Sicherheitsdienst. Ähm. Planzuweisung. Winter braucht zwei. Dann gucken wir mal kurz, was wir bei denen sparen. 190. Äh. Gegenüber. Hoppala. Obwohl Winterland braucht eigentlich. Ja doch. Zwei. 190. Gegenüber. Moment. Winter. Winter. So. 75 Monate. What? Okay. Da drücken wir nochmal richtig auf die Preisstufe. Oder beziehungsweise auf die Gewinnstufe. Winter hat zwei. Drei. Ja. Wir brauchen aber nur zwei. Würde ich sagen. Wenn wir hier mehrere Vorkommnisse haben, dann werde ich noch einen einsetzen. Aber normalerweise müssten hier. Ach komm. Äh. Never change a running system. So. Äh. Dann gehen wir kurz in die Sicherheitsabteilung. Da haben wir dann hier. Äh. Winter. Genau. So für 75 Dollar. Hey. Stumping. So. Was haben wir hier? Winter. Western. Western hat zwei. Okay. Western hat zwei. Und Grusel. Und weil wir gerade schon mal hier sind. Grusel hat zwei. Okay. Warum hat Winter dann drei? Verstehe ich nicht. Ähm. Ähm. Okay. Pass auf. Dann machen wir folgendes. Wir setzen hier im Grusel-Themenbereich setzen wir drei Leute ein. Ne? Drei Sicherheitsbeamte. So. Und. Hier. So. Parkverwaltung. Sicherheitskamera. Äh. Sicherheitskameras. Ja. Sicherheitskameras. Die wandelnden Sicherheitskameras mit zwei Objektiven. Ähm. Pass auf. Themenbereich Grusel. Grusel. Und. Grusel. Ähm. So. Dann haben wir noch im Western-Themenbereich natürlich noch zwei, die wir da hinsetzen. Wobei ich jetzt hier am überlegen bin, ob wir hier vielleicht doch auch drei hinsetzen. Weil der ist schon relativ groß, ne? Ähm. Und für den Preis können wir eigentlich auch drei. Eins. Zwei. Ist einfach so. Drei. So. Dann haben wir hier drei. Ähm. Warte, warte, warte. Dann müssen wir hier runter. Äh. Western. So. Western. Ich bin so wirklich so froh. Dass wir die Themenbereiche oder beziehungsweise die Arbeitspläne nach den Themenbereichen benannt haben. Wirklich so froh. Okay. Freiland eins. Braucht zwei. Da würde ich jetzt aber sagen, da setzen wir aber drei ein. Ne? Eins. Zwei. Dann setze ich hier noch einen hin. Drei. So. Weil das ein relativ großes Areal ist. Ähm. Sicherheitsbeamte. So. Machen wir hier. Freiland. 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 So. Freiland zwei hat einen Sicherheitsbeamten. Da würde ich sagen, setzen wir zwei ein. Ja. Ähm. Guck. Wir erhöhen sogar noch die Personaldichte. Ist einfach so. So. Warte. Eins. Die Personalruheräume, ne? Da muss ich nochmal nachbessern, glaube ich. Aber das mache ich irgendwann mal. Irgendwann. Ähm. Aus dem einfachen Grunde, weil ich habe eigentlich immer nur die Verkäufer mit einberechnet für die Personalräume. Aber nie die anderen. Also wie zum Beispiel hier. Sicherheitsbeamte, Kehrmeister und, und, und. Die müssen ja auch rein. So. Was haben wir hier? Grusel hatten wir gerade abgeschlossen. Genau. Dann können wir. Warte mal. Äh. Dann müssen wir noch im Bereich Stadt. Eins. Zwei. Drei. Vier. Okay. Im Stadt würde ich jetzt zum Beispiel auch fünf einsetzen. Ne? Einfach wegen der Größe. So. Pass auf. Dann setzen wir hier. Eins. Zwei. Ja, ja. Äh. Drei. Als ob die hier im Porno gerade drehen. Vier. Fünf. So. Dann. Äh. Warte, warte, warte. Sicherheitsbeamte. So. Da setzen wir dann hier. Freiland. Äh. Stadt. Natürlich alles Stadt. So. Pass auf. Stadt und Stadt. So. Das haben wir jetzt schon mal. Haben wir hier noch irgendwo was. Weiß nicht. Irgendwas Teures. Ja. Und zwar im Märchenthemenbereich und im Piratenthemenbereich. Alles klar. Okay. Massenentlassung. Also wenn da nicht die Gewerkschaft kommt. Ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht. Ich glaube wir können uns auf eine Sammelklage einstellen. Okay. Piratenthemenbereich. Da würde ich dann auch drei einsetzen. Wir geben einfach Frontier die Schuld. Weil die jetzt die Dumpinglöhne eingeführt haben. Da können wir gar nichts für. Ähm. Fünf. So. Äh. Dann gehen wir wieder runter. So. Und dann machen wir hier. Äh. Piraten. Piraten. Und. Piraten. Genau. So. Und dann gehen wir in den Märchenthemenbereich. Und da setzen wir dann zwei eins. Zwei reichen hier. Ähm. So. Warte. Hallo. So. Eins. Zwei. So. Den können wir sogar anklicken. Guck mal. Dann haben wir das nämlich auch schon. Und da läuft der andere. Ich habe ein Artlauge. Zwei. So. Jetzt haben wir alle ausgetauscht, oder? Techniker. Genau. Techniker sind neu. Was ist hier? Eigentlich bin ich mit meinem Job ganz zufrieden. Das eigentlich stört mich da irgendwie dran. Ähm. Ich kann nicht weiter arbeiten. Ich muss mich ausruhen. Hier ist alles in Ordnung. Ich bekomme das Geld, was ich wert bin. Jetzt ist ja die Frage. Achso. Ich kann ja hier. Genau. Äh. Ja. Warum sind die denn nicht zufrieden, wenn ich die entlasse? Verstehe ich nicht. Sind die immer noch nicht aus dem Park raus? Ey. Die laufen so langsam. Und dann wundern die sich, warum ich die entlassen habe. Ähm. Unterwegs zu Personalgebäude. Ist Verkäufer. Was ist denn hier? Ich bin zufrieden mit meinem Gehalt. Mein Gehalt ist fair. Der spricht nur über das Gehalt, aber spricht. Entschuldigung. Sie spricht nur über das Gehalt, aber nicht über was anderes. Das heißt, sie ist eigentlich nur mit dem Gehalt zufrieden. Was anderes ist, ist halt egal. Ähm. So, pass auf. Dann machen wir so. 90. 90. 90. So. Dann haben die erstmal eine Fortbildung hier gekassiert. Ähm. Arbeitsauslastung. Hier ist hoch. Das muss auf jeden Fall noch erhöht werden. So. Vielleicht sind die dann motivierter. Weißt du, wenn die ein bisschen mehr Kohle verdienen. Ähm. Von 145 werde ich wahrscheinlich irgendwann mal auf 160 gehen. Ist einfach so. Ähm. Dann wieder ein Verkäufer natürlich. Warum bist du denn wieder zufrieden? Ich schätze, das ist alles... Wenn ich die jetzt fortbilde, dann erhöhe ich dir Produktivität, Zufriedenheit, Gehaltserwartung. Ne? Ähm. Muss ich die wirklich alle auf Stufe 5 bringen? Damit die wirklich alle super zufrieden sind? Ne, war eigentlich nicht. Da sehe ich jetzt nicht ein. Äh. Arbeitslast. Gucken wir mal kurz. Warte, warte, warte. Okay. Hoch. Äh. Hier ist auch hoch. Das heißt, hier wirst du auch erstmal besser... Mehr entlohnt. Hier natürlich auch. Ähm. Ich könnte hier sogar... Auf 100 gehen. Machen wir hier auf 90. Machen wir hier auch auf 100. Instant. Ich bin froh, dass ich hierfür ausgebildet worden bin. Es gefällt mir sehr, sich über die Personalmühe gegeben haben. Ja, ist auch super eingerichtet worden. So, hast auch eine hohe Arbeitsauslastung. Du auch. Muss natürlich entlohnt werden, wenn die hohe Arbeitsauslastung haben. Muss ja natürlich entlohnt werden. Ich bin so müde, ich brauche dringend eine Pause. Ja, mach doch Pause. Dann mach doch Pause. Pass auf. Folgendes. Wir gehen jetzt mal kurz in die Parkverwaltung. Attraktionen und Läden. Servicegebäude. So, dann haben wir hier Personalgebäude irgendwo bestimmt, ne? Irgendwo schlummert hier doch ein Personalgebäude. Erste Hilfe. Toilettenblock. Nein. Warum stehen die Personalgebäude nicht mit in dieser Liste? Unter Läden vielleicht? Ne, eigentlich nicht. Verkäufer unterwegs. Kein Verkäufer verfügbar. Das ist jetzt schon öfters im Grusel-Themenbereich gewesen, ne? Das heißt, wir setzen im Grusel-Themenbereich noch ein Personal ein. Noch eine Verkäuferin. So. Oder ein Verkäufer. Je nachdem. Dann bist du im Grusel-Themenbereich. So, warum stockt hier alles? Warum staut sich hier alles? Wegen diesen tollen, hübschen Bänken. Kann natürlich sein. So. Jetzt müssen wir mal gucken. Gäste. Nein, nicht Gäste. Äh, Personal. Äh, nein. Attraktionen und Läden. Das wollte ich doch gucken. So. Das haben wir hier. Kein Verkäufer verfügbar. Okay. Der ist im Themenbereich Stadt. Das heißt, hier setzen wir auch nochmal einen ein. Äh, Personal. Personal. So. Direkt hier vor den Laden. Ähm, Stadt. So. Alles klar. Bisse zugeteilt. Weil ich möchte ungerne Läden unbesetzt lassen. Ist einfach so. Ne? Hier haben wir schon wieder. Warum? Kein Verkäufer verfügbar. Haben die wieder alle gekündigt oder was? Die durchschnittliche Personalzufriedenheit ist gesunken. Wichtig. Bluefly hat ein technisches Problem. Immer noch kein Verkäufer. Tatsache. Warum ist hier kein Verkäufer? Wo sind, wo sind denn hier meine Verkäufer jetzt? Bitteschön. Ich habe im West, äh, im Piratenthemenbereich zwei Verkäufer. Wenn ich das richtig habe, ne? Wo sind meine Verkäufer hin? So, warte mal. Wir gehen mal kurz hier gucken. Äh, OPQ. Äh, warte mal. SDU. Piraten. Hier. Piraten. Wo, wo, wo seid ihr? Da ist einer. Der läuft gerade hier rum, oder was? Was macht der jetzt gerade? Läuft rum. Arbeitslast niedrig. Warum läufst du rum? Du sollst eigentlich? Ich könnte mir Arbeit erledigen. Ja, da ist ein Laden. Der braucht einen Verkäufer. Warum gehst du da nicht hin? So. Gerade schon eröffnet. Ne, ist gar nicht eröffnet worden. Warum? Verstehe ich das falsch? Unterwegs zu einem Personalgebäude. Ja. Aber warum gehst du denn nicht da rein? Das musst du mir mal erklären. Warte mal. Kann ich denen mehrere Personalgebäude... Ne, kann ich nicht. Verstehe ich nicht. Warum gehen die Mitarbeiter nicht zu diesen leeren Gebäuden? Themenbereich. 23 Mitglieder. Ja. Kapiere ich nicht. Echt nicht. Ist für mich zu hoch einfach. Ist einfach für mich zu hoch. Ich verstehe das nicht. Ich habe genug Mitarbeiter da. Die laufen teilweise rum, beschweren sich, dass sie keine Arbeit haben. Und dann haben sie noch nicht mal für nötig, hier aufzumachen oder beziehungsweise reinzugehen. Ist das denn im... Ist das denn im... Warte mal. Das teste ich jetzt mal. Ist das denn im Arbeitsplan vermerkt, dieses Ding? Nein. Warum auch? Warum auch? Muss ja auch nicht. Arbeitsplan speichern. So. Dann ist logisch, warum da keiner hingeht. So. Jetzt müsste aber einer theoretisch dahin gehen. Ja. Siehst du? Jetzt geht da einer hin. Sehr schön. So. Der Laden ist wieder eröffnet. Ähm. Dann schauen wir mal kurz bei den anderen Läden. Äh. Kein Verkäufer verfügbar. Okay. Und warum nicht? Äh. Warum ist hier... Ist das genau das gleiche Problem hier vielleicht? Ähm. Personal. Freiland. Also ja. Warte mal. Warte mal. Ich muss... Ich teste nochmal kurz. War das nicht mit drin? Doch. Ist mit drin. Wie viele Mitarbeiter haben wir denn im Freiland? Also an Verkäufern. Verkäufer. Platz zur Freiland. Eins, zwei, drei. Eins, zwei. Ja. Und wo sind die alle? Hoch. Unterwegs zum Personalgebäude. Okay. Die ist sich gerade am ausruhen. Äh. Da ist sie. Oder beziehungsweise da. Okay. Unterwegs zum Laden. Der hier, ne? Okay. Alles klar. Ähm. Machen wir Kapazität auf fünf. Bestätigen. So. Da haben wir erstmal die Kapazität erhöht. Ne? Allein, weil hier auch Kehrmeister sind und, und, und. Die müssen ja natürlich auch irgendwo Ruhe finden. Genau das gleiche machen wir jetzt hier auch. Da gehen wir auch auf fünf. Bestätigen. So. Dann haben wir nämlich hier schon mal ein bisschen Kapazität. Dann würde ich hier noch auch erhöhen auf fünf. Weil ich habe wirklich nur die Verkäufer. Ne? Ich hatte nur tatsächlich die Verkäufer berücksichtigt. Nicht aber das andere Personal. Das darf natürlich nicht sein. So. Pass auf. Dann haben wir hier auf fünf. Das ist in Ordnung. Hier war auf drei. Ne. Da war auf drei. Das ist auch in Ordnung. Da läuft der Ghost-Darking. Warum läuft der denn hier oben rum? Entschuldigung. Warum läufst du hier oben rum? Bist du fest? Ach so. Der hängt da fest. Tatsächlich. So. So. Was soll das heißen? Gefeuert. Jetzt gibt es viel zu tun. Okay. Ihr seid jetzt wieder frei. Ich glaube, der hat den Weg hier blockiert. Weil der gefeuert wurde. Das war eine Trotzreaktion. Ich habe das gesehen. Ähm. Warte mal. Okay. Hier ist auf drei. Das müsste eigentlich reichen. Bonus. Oh. Kein Bonus. Pausenraum. Bestätigen. So. Dann haben wir hier einen. Den erhöhen wir auch auf fünf. Bestätigen. Dann. Den hatten wir erhöht. Den haben wir erhöht. Dann würde ich sagen, machen wir den hier auch auf fünf direkt. Bestätigen. So. Und dann haben wir noch hier einen oder zwei. Ne. Einen. Genau. Den erhöhen wir natürlich auch. Ist ja logisch. Auch auf fünf. Ne. Weil einfach. Ich habe das wirklich komplett gestrichen aus meinem Gedächtnis. Oder beziehungsweise in meiner Sichtweise. Ist ja. Ich weiß nicht warum. So machen wir hier auf fünf. Und dann haben wir hier noch einen Personalraum. Ne. Hier haben wir keinen Personalraum. Wir haben nur einen Personalraum hier. Okay. Wir haben hier nur einen Personalraum. Und hier haben wir aber mehrere Personalräume. Oder? Wenn ich das richtig habe. So. Genau. Hier machen wir auf fünf. Ist ja klar. Äh. Dann haben wir hier hinten noch einen. Da. Den erhöhen wir natürlich auch auf fünf. So. Und damit haben wir dann die Personalangelegenheit erstmal abgeschlossen. Ne. Das muss ich jetzt ein bisschen einpendeln. Die Leute, die gefeuert wurden, gehen jetzt langsam nach Hause. Die Leute, die neu eingestellt wurden, müssen sich einarbeiten. Und das heißt, wir werden in der nächsten Folge dann wieder am Ende. WOD-Ride arbeiten. Ich vermute mal einfach, wir werden da auch wieder Timelapse benutzen. Weil einfach auch angenehmer ist und man da einfach mehr schafft. Und bei solchen Folgen wie hier jetzt zum Beispiel, wo wir die Fehler finden müssen und alles, bin ich dafür, dass wir dann halt immer kein Timelapse einsetzen. Ansonsten, wenn wir irgendwelche langwierigen Bauphasen haben, da können wir dann halt Timelapse einsetzen. Weil ich dann auch einfach mich viel mehr aufs Gestalten und Ausführen konzentrieren kann, weil ich zwischendurch halt nicht rede. Ich höre dann irgendwelche Musik. Aber bei solchen Folgen ist das, glaube ich, wichtig, dass ich dich dann mit auf die Reise nehme, live. Dass wir dann zusammen dann gucken, wo die Fehler sind, wo die Fehler liegen könnten und, und, und. Also da musst du mir natürlich dann auch helfen, wenn ich dann irgendwo was übersehen habe. Ist ja logisch. Dann musst du mir sagen, guck mal, du hast da was übersehen. Das muss korrigiert werden. Habe ich den da? Ja, den habe ich. Okay. Also, ich habe jetzt überall die Kapazität erhöht. Mehr Mitarbeiter eingestellt und, und, und. Das heißt, wir werden jetzt wahrscheinlich erst mal nochmal ein bisschen Minus machen. Und dann werden wir wieder ein bisschen Plus machen. So, Läden und Servicegebäude. Betriebskästen. Ne? Ne? Okay. Ne, weil wir jetzt die Mitarbeiter, beziehungsweise Mitarbeiter ausgetauscht haben, waren mehr, beziehungsweise waren mehr, ähm, Gebäude geschlossen und dadurch haben wir halt auch Minus gemacht. So, das müsste sich jetzt aber bald relativieren. Eigentlich. Hoffe ich. So, in diesem Sinne bedanke ich mich natürlich fürs Zusehen. Vielen Dank, dass du dabei warst und, äh, bis zur nächsten Folge und schönen Tag noch. Äh, da hat ein Verkäufer gekündigt. Alles klar. Also, bis dann. Tschüss. Tschüss.